Willkommen zum nächsten Schrein. Der nächste Schrein befindet sich hier. Um den hier geht's. Um den hier. Und zwar bin ich schon drin, weil ich ihn schon mal versucht hab. Das ist wieder so eine Überlebensprüfung, die ich ja so sehr mag. Ich hasse sie. Gerade die. Da sind einfach so viele Gegner drin. So, und man muss im Prinzip, würde ich sagen, den hier als erstes machen. Der sieht mich hoffentlich nicht. Und jetzt brauche ich den hier. Ja, komm hierher. Oh, das war Nummer 1. Ja, und jetzt kommt Nummer 2. Komm schon. Ja, komm her. Schön einer nach dem anderen. Und der kommt gleich mit. Komm. jawohl und keiner von den anderen hat was mitbekommen und jetzt baue ich mir den hier zusammen richtig nach vorne aus der macht hoffentlich stehen schon mal platt nein jetzt ja da ist noch einer nein kommt schon hey jawohl ich hab's oh man ey ich weiß ich hab's schon gesagt aber ich mag diese prüfung nicht ich mag sie nicht lieber baue ich so 20 minuten irgendwas anstatt sowas zu machen aber sie gehören dazu ich will sie alle machen alle schreine 52 nicht schlecht das war's dann auch mit dem schreien zum glück könnt mir gerne ein abo da lassen oder ein daumen nach oben und bis zum nächsten mal das war's dann auch mit dem schreien zum glück abg abg Untertitelung des ZDF, 2020